da waren wir wahrscheinlich auch schon ja das kommt mir bekannt vor aber habe ich da schon alles abgearbeitet ah da ist der spinnen spawner okay da wollte ich mich von hinten nach vorne arbeiten und dann machen wir das doch mal wie gesagt wir fangen mal mit eisen an und von hinten nach vorne so da war zu da war noch nicht zu kohle könnte ich hier alles noch mitnehmen die frage ist will ich das jetzt schon wir haben dann ja wirklich richtig viel kohle so das wäre wirklich richtig viel kohle die wir dann hätten da würde ich dann eigentlich noch ein licht reinsetzen so und dann ist er ruhe und dann könnten wir hier die ganze kohle mitnehmen da war ich ja gerade eh dabei ne genau da war ich ja eigentlich dabei und dann habe ich beschlossen okay die spitze kass im eimer deswegen lassen wir das so dann geht hier die kohle weg und hier die kohle weg und die kohle müssten wir natürlich auch mitnehmen wunderbar dann sind wir hier eigentlich fertig kommt hier die kohle hier die kohle hier die kohle da die kohle und machen wir dort die kohle und da die kohle und da die kohle da die kohle da die kohle da die kohle so sieht so aus als ob man da die kohle hätten dann sind wir hier eigentlich auch fertig da unten waren wir auch schon da hängt noch so ein schwein rum das mir eigentlich egal ist ok da haben wir wieder ganz viel kohle na hier fluff da haben wir wirklich wieder viel kohle also wirklich wieder ganz viel kohle also ich glaube über kohle müssen wir uns wenn wir hier fertig sind nicht mehr beschweren zumindest ein weilchen nicht mehr so 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 äh ja ich würde jetzt aber ganz gerne mal mit eisen anfangen so dann gehen wir doch mal hier hoch da hoch und hauen die kohle hier weg da weg so dann würde ich die kohle hier weg machen die kohle weg die kohle weg da da die da oben in der decke die lasse ich übrigens habe ich keinen bock drauf mich da zu verkünsteln um da hinzukommen wenn es eisen wäre vielleicht aber bei kohle definitiv nicht schon gar nicht wenn ich hier so viel kohle habe so 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 und so wunderbar dann kann man hier noch kohle mitnehmen da noch kohle mitnehmen oh da habe ich eisen übersehen ähm wie gesagt den scheiß lassen wir da war noch kohle die kann ich dann holen wenn ich sie wirklich ganz dringend brauche und hier oben hätte ich dann auch noch kohle dann kann man hier die kohle mitnehmen da ist auch schon wieder kohle auch schon wieder kohle da ist schon wieder kohle wunderbar also da ist der dungeon von den spinnen da haben wir die kohle da haben wir die kohle nächste spitzhacke fluff und die kohle hätten wir auch so dann kommt noch die kohle weg und die kohle weg wunderbar da kommt die kohle weg das haben wir auch geschafft ah dann kommt die kohle weg und 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 die kohle weg Kohle weg Kohle weg ist jemand der auf Kohle steht eigentlich ein Choleriker äh ja so dann dann Kohle kennen wir hier und da und dort und dich und dich und dich und dich und dich super haben wir das alles erledigt dann können wir jetzt mal da reingehen und die kohle aus dem dungeon retten so die mohsteine die will ich eigentlich nicht so hier gab es noch ganz viel kohle da würde ich übrigens eine fackel mal hinsetzen wollen da wahrscheinlich na gut da wahrscheinlich nicht da wahrscheinlich dann die kohle die kohle die kohle die kohle die kohle die kohle irgendwie schwimmt mir grad ein werbelied im Kopf rum keine ahnung keine ahnung so ok müssten wir eigentlich alles haben was kohle angeht die kohle die kohle die können von mir aus vermodern das ist mir egal da waren wir auch schon dann würde ich hier nochmal ein bisschen licht ins dunkel bringen so wunderbar und auf der seite komm ich da hin ja auch schön gut da hinten oben da gab es ja noch eisen und kohle und da würde es ja auch irgendwie prinzipiell hochgehen ach von der seite wahrscheinlich aber man könnte auch hier lernen weil es mir hier schon sehr leer geleckt aussieht äh ich hab die voll leer geleckt oder äh ich bin voll leer geleckt ok also hier sieht es mir nicht hier sieht es mir nicht mehr nach kohle aus hier unten habe ich auch schon zeug hier könnte ich eigentlich noch den kies mitnehmen war ja klar war ja so klar war ja so klar ok geht nicht geht nicht gibt es nicht ok ach ne gibt es ja wohl hey haben wir da unten gold jetzt etwa oder wie ok sieht mir echt nach gold aus ok gut dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal äh wie sagt man das warte mal vier fackel da warum zum geier bin ich auf die idee gekommen den kies da abzubauen meine herren kanalarbeiter sooo es ist absolut viel besser hier wird ja warte mal kohle an die wand ähm das ist übrigens super riskant sooo also dann wollte ich hier nochmal rüber genau wollte ich hier nämlich wieder runter uah und da wollte ich die kohle auch noch mitnehmen das ist super ok dann nehmen wir hier das eisen mit von mir aus auch hier noch das gold inventiere ach hab ich das jetzt kaputt gemacht weil ich ne weil ich ne steinspitzhacke verwendet hab ist das doof na gut ist das doof na gut ok sooo das würde bedeuten warte mal ich mach die fackel mal hier hin dann mach ich die weg gehen wir mal hier hin obwohl das könnte ich eigentlich so machen ne genau also das war hier schon richtig mal los upsale das war dann nicht so richtig ähm hier ein hoch und da ein hoch hier ein rein hier ein hoch da ein hoch zack hier ein hoch und vier und licht bitte und dann hier da rein super ok dann gab's ouch gab's hier auf jeden Fall nichts mehr sonst ähm hier unten haben wir eigentlich auch alles rausgerubbt wenn ich das richtig sehe da hab ich alles weg da hinten hab ich alles weg irgendwo hängt noch ein Schleim rum aber nicht hier so und dann würde es hier wieder rausgehen wenn ich es hinbekomme das heißt ich mach dich mal weg und dich mal weg dich natürlich auch dich auch ok so wie gesagt das wichtige jetzt ist einfach wirklich dass wir die ganze Kohle mitnehmen weil dann brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen ob wir später noch irgendwie wieder hier runter kommen oder ob wir vernünftige Aufstiege bauen oder 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 oder